Einen wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Wir wollen die besten Ergebnisse aus ChatGPT, Bing und Co. bekommen. Large Language Models sozusagen. Wir wollen heute uns damit beschäftigen, wie wir einen sehr nützlichen Trick anwenden können, der mir schon in vielen Situationen geholfen hat. Stellt euch folgendes vor. Ihr habt ein Bedürfnis. Es kann natürlich sehr, sehr flexibel sein, was für ein Bedürfnis ihr habt. Aber ihr braucht in vielen Fällen einen Gesprächspartner. Das ist erstmal so unser Ausgangspunkt, okay? Das ist jetzt ein bisschen, wie wir da hinkommen, wo wir eigentlich hinwollen. Der Mensch, und das ist jetzt so ein bisschen ein philosophischer Ansatz, was irgendwie weird ist in so einem Tutorial, nehmt einfach mit, okay? Der Mensch braucht, so sagen viele, einfach einen Gesprächspartner, der vielleicht auch eine andere Sichtweise auf eine Perspektive geben kann. Und genau das kann ChatGPT oder GPT-4 oder generell ein Large Language Model für euch sein. Das bedeutet, ich kann das Large Language Model sozusagen dazu bringen, eine Rolle einzunehmen. Und da sind wir, wo wir gerade hinwollen. Und genau so können wir natürlich auch jetzt unser Prompt bauen. Ich mache hier mal ein Beispiel an der Stelle. Wir probieren das jetzt mal auf Deutsch. Ich mache das normalerweise immer auf Englisch, deswegen ein kleiner Disclaimer hier an der Stelle. Ich möchte, dass du dich als Reiseführer, dass du als Reiseführer agierst. So. Das ist quasi unser erster Satz. Wir wollen, dass ChatGPT irgendwas für uns tut. Also speziell eine Sache. Und dann sagen wir, was jetzt folgen wird, damit wir da quasi so ein bisschen diese Sache schaffen, den Rahmen schaffen, was da eigentlich passieren soll insgesamt. Das heißt, ich werde dir meinen Standort geben. Und du wirst mir, was macht ein Reiseführer normalerweise? Naja, du wirst mir Sehenswürdigkeiten und Plätze vorschlagen, die ich besuchen sollte. Ich werde auch Arten von... Ich mache das mal schneller. So. Ich habe hier mal nochmal Plätze durch Orte ersetzt. Mir ist aufgefallen, dass ich irgendwie in meinem Kopf so einen Times Square Platz im Kopf hatte. Aber Orte passen natürlich sehr viel besser. Das heißt, ich möchte, dass du als Reiseführer agierst. Ich werde dir meinen Standort geben. Du wirst mir Sehenswürdigkeiten und Orte vorschlagen, die ich besuchen sollte. Ich werde auch Arten von Orten nennen, an denen ich interessiert bin. Du wirst mir Orte empfehlen, die dazu passen. Aber auch ähnliche Orte, die... Und ja, kleine Rechtschreibfehler machen an sich hier nichts. Ähnliche Orte, die zu meinen Interessen passen könnten. Und Orte, die in der Nähe meines Standortes sind. Mein erster Standort ist Island, Hedler und ich mag Natur. So, und jetzt wird hier quasi eine Art Reiseempfehlung für mich erstellt. Also Golden Circle wäre zum Beispiel eine Sache, die man bereisen könnte. Und hier gibt es sogar eine kleine Empfehlung dazu. Das ist jetzt im Endeffekt... Wir haben ChatGBT... Natürlich hätten wir es auch anders formulieren können. Wir hätten auch sagen können, Liste mir Reisemöglichkeiten für gegebenen Standort. Das Ganze kann man aber... Also das ist jetzt quasi so der Einspringpunkt, ja. Wir können uns aber so auch mit einem Reiseführer unterhalten und müssen nicht online einen buchen, sag ich mal. Ähm, und tatsächlich sind die Empfehlungen echt super. Also Golden Circle kann ich sehr empfehlen und auch der Skogafoss war auch sehr schön. Da war ich tatsächlich schon. Kann man... Ah, und Land meiner Lauga kann ich auch sehr empfehlen. Das sind gute Empfehlungen dabei. Ähm, und das Ganze kann man aber auch ein bisschen auf die Spitze treiben. Wir werden uns das jetzt einmal kurz angucken. Und das geht, wie gesagt, für extrem viele Themen, ja. Und das ist wirklich nur eine, ähm, eine Möglichkeit. Seid da kreativ und überlegt vor allem, und das ist jetzt ein bisschen Reflexionssache, ihr müsst wissen, was ihr eigentlich wollt und euch erstmal darüber im Klaren sein. Und wenn nicht, dann kriegt ihr natürlich auch schlechte Ergebnisse hier. Also wenn ihr hier irgendwie Suggestivfragen oder sowas stellt, dann ist ChatGBT einfach nutzlos. Oder, ähm, also ich meine, ihr wollt dann im Endeffekt, dass ihr eine Antwort bekommt und ihr kriegt dann auch die Antwort, die ihr halt suggestiert oder die ihr wollt. Das ist klar, dass das dann nicht funktioniert. Ähm, wenn man aber hier tatsächlich sinnvolle Fragen stellt, kann man extrem hilfreiche Antworten bekommen. So, ich wechsle jetzt nochmal kurz rüber und wir machen nochmal was anderes. Ähm, und zwar eine, eine Spezialität, die relativ früh entdeckt wurde und die ein bisschen unser aller Mind explodieren lassen hat. Das hier. So, I want you to act as Linux Terminal. Das heißt, wir simulieren sozusagen ein Linux Terminal, eine Befehlszeile in einem Linux-Betriebssystem. Ich tippe die Kommandos und du wirst mir nur damit antworten, was das Terminal anzeigen sollte. Es ist kein echtes Terminal. Das ist hier wichtig zu erwähnen. Das ist ein simuliertes Terminal und es nennt sich Arduino. Das ist einfach nur der Name der Programmiersprache. Lasst euch davon nicht irritieren. Und wir können hier sozusagen, ähm, nur die, also wir bekommen keine Erklärung. Das können wir hier natürlich auch alles mit reinnehmen. Wie gesagt, dieser Befehl hier ist mittlerweile, glaube ich, komplett wild gegangen. Viele kennen den schon. Aber wir können hier, ähm, das Ganze so definieren, wie wir das eben brauchen. Das heißt, in dem Fall, wir wollen nur die Terminal-Ausgaben, keine Erklärung. Wir werden nur diese Terminal-Ausgaben innerhalb eines uniken Code-Blocks bekommen und nichts anderes. Und das sind Auf-, oder das sind, ähm, Anweisungen, die wir auch so eins zu eins übernehmen können. Wir können das auch sonst immer sagen. Wir wollen bitte nur diese Terminal-Ausgaben in einem uniken Code-Block. Genau diese Art Formulierung, unique Code-Block und nichts anderes, das kann man auch ruhig mehrmals schreiben, ähm, das hat sich als extrem hilfreich erwiesen, wenn man zum Beispiel auch CSV ausgibt oder JSON ausgibt oder, ähm, oder vor allem auch Markdown ausgibt, weil man dann sich diese ganzen Erklärungen spart. Ihr könnt das gerne für eure anderen Befehle mit übernehmen. Ähm, schreibt keine Kommandos an, äh, außer ich sag dir, dass du sie schreiben sollst. Und wenn man natürliche Sprache verwenden möchte, ist, äh, einfach like this quasi der Befehl dafür. So, das, ähm, ist wie gesagt, das, der Befehl ist komplett steig gegangen. Ich hab mir den irgendwo hergeklaut. Ich glaub, der war 50.000 Mal auf Twitter. Äh, relativ am Anfang schon. Der ist eigentlich auch schon sehr alt. Er zeigt aber relativ genau, was möglich ist. Ich mach jetzt hier einfach mal ein LS. Und dann sehen wir hier Desktop, Documents, Downloads, Music, Pictures, Public, Templates und Videos. Und das heißt, wir sind im Home-Verzeichnis. Also unter Linux würde man das als Home-Verzeichnis bezeichnen. Und das ist ein simuliert, eine simulierte Struktur, was da in diesem Home-Verzeichnis alles drin ist. Wir müssen diesen Befehl hier oben also nicht nochmal machen, sondern es wird dieser Kontext verarbeitet, was natürlich gerade für eine, ähm, für eine simulierte Umgebung, die eigentlich keinen Schaden ausführen dürfte oder auslösen dürfte, extrem hilfreich ist. Das heißt, wir können quasi auch, und jetzt wird's spannend, Code ausführen über ChatGPT, der aber nur simuliert ist und keinen wirklichen Einfluss hat. Ich könnte hier drin jetzt ein Virus starten, ohne dass ich wirklich etwas mache, weil das Large Language Model interpretiert das Ganze und überlegt sich dann, okay, wie würde ein echtes Betriebssystem damit umgehen, dass da jetzt gerade ein Virus gestartet oder irgendwas anderes gestartet wurde, ein gewisses Python-Programm oder sonst irgendwas. Wir können das da drin laufen lassen und, ähm, die Antwort bekommen wir dann zurück. Das Problem an der Sache ist, dass hier die Antwort natürlich Fehler enthalten kann, sprich, man darf nicht davon ausgehen, dass es dann irgendwie, wenn wir es davon ausführen, dass dann, ähm, dass es dann auf jeden Fall erkennt, ob das Ding eine Malware ist oder nicht. Aber es ist zumindest mal ein Ansatz. Ich zeige euch jetzt mal was anderes. Ähm, wir gehen jetzt mal auf den Desktop, also auf den simulierten Desktop und, äh, ja, da kommt einfach nichts bei raus, klar. Und jetzt machen wir hier ein touchmyfile.txt. So, da wird auch nichts bei ausgegeben und dann machen wir hier wieder ein ls. Also das ist wirklich das, was ein Terminal machen würde. Und wenn wir hier eine simulierte Datei erstellen, touchmyfile.txt erstellt eine simulierte Datei, dann ist diese Datei danach auch als myfile.txt zur Verfügung gestellt worden. Das heißt, es wird alles, was wir davor gemacht haben, weiterhin interpretiert. Behaltet das bitte im Kopf. So, also das ist eine extrem spannende Demo eigentlich, die zeigt, was dahinter alles stecken kann. Es kann natürlich auch sehr viel mehr praktischen Nutzen haben. Also klar, der Reisführer war jetzt hier schon relativ praktischer Nutzen. Ich kann natürlich mit dem auch interagieren, Rückfragen stellen, zum Beispiel sagen, nenn mir weitere, nenn mir Sachen, die näher dran sind und so weiter und so fort. Ich kann aber auch das Ganze in eine komplett andere Richtung machen. Wir machen hier einmal ein weiteres Beispiel. Und dann seht ihr vielleicht so ein bisschen die Bandbreite, die das annehmen kann. Wie gesagt, das ist dasselbe System, was da hinten dran steckt. Wir machen hier einmal folgendes. Ich möchte, dass du die Rolle eines Philosophen übernimmst. Ich werde dir einige Fragen oder Themen aus dem Bereich Philosophie vorgeben. Das heißt, wir geben hier, also wir sagen hier, welche Rolle. Wir sagen, was genau wir machen werden und was die Aufgabe sein wird. Und anschließend sagen wir, okay, Theorien erforschen, also dass die Aufgabe neue Ideen vorschlagen oder kreative Lösungen für komplexe Probleme finden. Das heißt, wir sagen hier, ey, du wirst jetzt kreativ beansprucht. Das ist ähnlich wie Brainstorm. Da sagen wir, es wird jetzt ein bisschen höhere Varianz geben. Das heißt, die Ausgaben werden sich auf jeden Fall eher unterscheiden. Während bei diesem, sei mein Linux Terminal, ist die Ausgabe immer ziemlich dieselbe, weil es da nicht wirklich eine Varianz gibt. Es gibt nur dieses eine richtig, ja. Während hier gibt es natürlich tausende Sachen. Dann habe ich jetzt hier mal gesagt, mach mal bitte Rahmen für Künstliche Intelligenz. Und dann kriege ich hier eine Erörterung von einem Philosophen über Künstliche Intelligenz beziehungsweise KI. Genau. Und jetzt wird quasi mir hier ein KI-Rahmen gebaut. Und vielleicht sollte ich kurz was zu dem ersten Punkt sagen. Hier Transparenz. Das ist tatsächlich, also generell diese ganzen Punkte hier. Datenschutz, Privatsphäre, Verantwortung, Transparenz. Das sind alles extrem wichtige Konzepte hierbei. Und ja, wir entwickeln uns gerade mit GPT-4 an der Stelle nicht gerade in die richtige Richtung. Das muss man einfach so sagen. Und es gibt auch aktive Debatten derzeit. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, dass gerade zum Beispiel nach einer Pause für die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz gebeten wird, von mindestens sechs Monaten. Und da haben wirklich Größen unterschrieben, dass man eben ein bisschen vorsichtiger ist, was die Art von Systemen angeht. Und ja, dass man da gemeinsam dran arbeitet, weil sowas eigentlich auch offen sein sollte. Und GPT-4 ist definitiv nicht offen. Und es gibt kein verhältnismäßig gleich großes System, was wirklich so krass ist. Aber ja, das ist ein anderes Thema. Das werde ich auch in einem anderen Video noch wahrscheinlich behandeln. Okay, also ihr seht, das ganze Ding kann wirklich Bandbreiten annehmen, die man vielleicht nicht auf dem Schirm hat. Und wenn ihr mehr von diesen Anwendungen wollt, dann kann ich dazu selbstverständlich auch extra Videos machen und euch da einfach vielleicht mal ein paar Sachen vorschlagen. Oder ihr diskutiert das einfach in den Kommentaren, beziehungsweise ihr überlegt selber, was könnte euch das Ganze bringen. Übrigens hier an der Stelle, das Linux-Terminal ist natürlich nur ein Beispiel. Ihr könnt das Ganze auch als Python-Terminal oder als JavaScript-Terminal oder als, keine Ahnung, irgendein anderes Terminal benutzen. Ihr könnt da extrem flexibel werden und grundsätzlich sehr viel damit auch machen. Gut. Okay, das war's von meiner Seite. Ich danke euch, dass ihr dabei wart und ich hoffe, das kann euch ein bisschen helfen im Umgang. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.